Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in der letzten Folge Minecraft Sky auf Clarigo seinem Server in den Nether gegangen, haben da wunderschöne Glowstone Bäume gesehen und ich gehe jetzt wieder ins Spiel rein, denn hier habe ich das letzte mal aufgehört und wir haben uns jetzt zum Nether Dungeon gebaut. Ich müde mich auch gleich wieder, äh ich end, müde mich auch gleich wieder im TS. Ach Discord, meine Güte. Und mal schauen was heute so passiert. So, da bin ich wieder. Ich glaube ich werde angegriffen. Ja, man hört, dass du angegriffen wirst. Wenn du dir mal ein PC neu bauen willst, ne? Du machst ja auch YouTube, ne? Ja. Ja, ich sag mal so, jetzt für die ersten Projekte, die ich hier mache, reicht ja vollkommen aus. Und ja, mal schauen. Also ich werde ja auch nicht mein Leben lang YouTube machen. Ich bin ja mittlerweile auch schon alt. So, aber ich, äh, äh, sag's euch gleich. Ich nehm gleich die nächste Folge auf. Da ich ja hier gerade sturmfrei habe, die Kitty schlafen, die Frau ist weg, da lohnt sich das mal. Ach. Jetzt glaubst du mir das. So. Klingt nach Plan. Äh, wen meinst du? Achso, hier, dann nimmst du doch. Nein. Wie nimmst du hier jetzt? Okay. Ich hab kein Platz mehr im Winter. Du kommst auch aus Sachsen, Heiko, oder? Ja. Ja, gut, dann hatte ich's richtig. Ich bin gebürtiger Heuer's Verger und wohne jetzt in der sächsischen Schweiz. Okay, was baust du dann? Keine Ahnung, das sind überflüssige Blöcke, die ich mir in den Inventar habe. Abstrakte Kunst. Ja. Kann man's uns sehen lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, funktioniert dies nicht mal hier? Ja, ich hör dich grad doppelt. Ich hab dich auch grad genutzt. Ja. So, ich bin jetzt, soll ich jetzt mal lebensmüde sein? Nein. Doch. Scheiße, scheiße! Komm mal. Fett, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Eich, du hast Fett? Ja, ja, ich krieg das schon mit. Ich sterbe auch falsch. Hier, die da hat euch gehittet. Du bist gefahren. Ich helfe euch nicht mehr. Tschüss. Guck mal, ihr ist ja doch ein Fan. Ja. Ich geh wieder. Ja, ich glaub, der will nur ein Autogramm. Mhm. Der soll nochmal springen. Ich will mal sehen, ob man den hochbauen kann. Fies. Komm jetzt. Hallo. Aha, da geht er hoch. Oh, scheiße! Du musst die Fläte mal was anhören. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Verschreckt! Hahaha! So einfach geht das! Ach so, so gehst du mit Fans um. Ach so! Ja, ich bau dich auch an! Ich bin jetzt halt in Sing! Äh, ne, halt in Sing! Zum Liff! Hilf! Hilf! Und man hier sieht, wie der fällt! Ah, ey! Ich geh! Ich geh! Du schick genau noch einher! Ach, die geht doch mal raus! Ach, die mögen dich! Kein Motor? Ja, alles klar! Richtig! Ich bin nur einmal in Nenna gestorben! Und hier! Ich bin auch einmal gestorben! Base! So, ich bleib jetzt aber, äh, bei uns hier in der Base! Oh, das ist nicht aus! Ich hab's so gehört, ich... Ich halt's mal die ganze... Neiiiin! Hahaha! Eigentlich sind... Die sind lieber Fan von Jassi! Okay! Dann hast du bestimmt Karotten oder so in der Tasche! Sicher! Hahaha! Ich bin jetzt grad runtergefallen! Beim Angröse! Boahn! So, also ihr kriegt's mit! Das macht einfach nur mega Fun! Was wir hier auf dem Server treiben! Äh, oh Scheiße. Und... Nein. Und ja. Also, ihr verpasst was. Ich weiß nicht, ob ihr mitspielen dürft oder könnt. Da müsst ihr... Nee. Es lädt. Und wenn's lädt, dann muss ich... Nee, also, ich bewege mich hier frei rum. Ich kann abbauen ohne... Also, es passiert nichts, also... Nee, bei mir. Achso. Und ihr müsst, äh... bei Killerregel in den Discord kommen oder bei mir und ich, äh... schicke euch eine Einladung zu Killerregel in seinem Discord. Das ist einfach nur richtig geil. Schleif, Ton, hab ich jetzt auch. Und... Ja. Ja, das lädt aber schon. Ja. Kommt einfach und fragt nach, versucht, das ist einfach nur genial hier. Bist du auf meiner Sicht? Ein Gezeiht. Was? Nein. Böse, ganz böse. Ich mach doch gar nichts. Ich lobe hier ganz normal rum. Ja, ja, ja. Als ob ich jetzt in meiner Aufnahme irgendwas machen würde. Ja, ja. Ja, vielleicht. Ich will auch so ein rotes Licht haben. Ich hab jetzt auch eins. Hast du... Hast du mir mal eins geklaut? Gleiches rotes Licht. Du hast so viele davon. Du kannst ruhig mal ihn spenden. Das... Das war nur so. Spend ich sie. Aber egal. Check. Hä? Wer ist denn hier... Warum bist du aus der Welt gesprungen? War nicht mit Absicht. Ich wollte einen Gas töten, der... Wie die fühlt sich eigentlich... Ja, ich fühle mich angesprochen, weil ich vorher aus der Welt gesprungen... Ich hab auch so ein rotes Licht. Ja, ich seh schon. Jetzt sterbe ich gleich wieder, weil der Irgendwann ist... Wunderschön, oder? Nein, ja. Nein, ja. Eigeneswert. Nicht den roten. Du hast so schön eins. Ja, ich seh schon. Ja, jetzt hat... Ja, danke. Da. 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 Guck mal, als ich dir was zeigen. Oh, guck mal, was hier ist. Da ist irgendwo ein Creeper. Nein, da ist ein Creeper. Nein, da ist ein Creeper. Der darf hier keine Sachen wegspringen. Okay. Okay. Okay, ich schaffe Luna gehittet. Hör auf! Nein! Na, ey. Eigentlich so laut, das sind deine Kinder nicht aufmerksam. Ähm, nö, die. Wenn die schlafen, schlafen sie. Okay, gut. Und die Jungs schlafen ja eh zwei Zimmer weiter. Okay, mein Spiel ist abgeschmückt. Echt? Oh, jetzt kann ich mir das rote Licht mobsen. Ich muss mal ins Bett legen, bitte. Nein! Ja, sie beschützt mein rotes Licht. Der glaubt mir mal nicht. Weißt du, weil ich nicht den neuen dann machen kann es machen. Okay, gut sein. Ähm, ich schläge mich jetzt aber nicht. Obwohl, doch. Äh, liegst du im Bett? Ich schläge. Ja, ich schläge. Ich schläge im Bett. Ich bin voll... Du sollst ins Bett gehen. Du sollst dich mal hinlegen. Du wolltest doch, dass ich mich hinlege. Ach so. Was soll ich wissen, dass du mich hingelegt hast? So neben der Spur bist du also schon. Gar nicht. Gar nicht. Bin ich nicht. Jetzt wollte ich dir gerade so ein Dings machen, aber... So ein Dings? Was ist denn so ein Dings? Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. So was hier? Ja. Nö, ich hab schon eins. Ja, ich weiß, und zwar meins. Nein, da stand nicht dein Name drauf. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Ja, ich weiß nicht, wie du das hast. Cool. Kannst du das auf deinen Kopf setzen, dass du immer eine Leuchte oben hast? Hör auf! Nix, ich hab das nicht verstanden. Du, ich hab grad Fettfinger nur auf meiner Sprachtaste, also ich weiß, dass du mich hörst. Hör auf! Hör auf! Oder ich mach hier morgen wirklich alles platt. Das ist deine Info, ich kann solche... Guck mal, ich spade in deinem Kessel. Da ist ja nix drin. Ja, mach mal Wasser. Kannst du nochmal Wasser? Jassi, hast du schon Eik gescannt? Nein, ich glaub noch nicht. Zimmer scannt. So. Viel Spaß beim Baden. Juhu. Es fängt dann an zu blubbern. Ja, ich krieg's... Ich krieg's gerade jetzt. Okay. Eik hat sich wirklich so einigen wiggelt. Ich steh hier grad in einem Baum drin. So, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich noch schenken. Oh, noch schenken. Jetzt bleib mal stehen. Ich muss gerne. Nein. Ich belege gerade. Nein, 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 nein. Haha, schon gemacht und warum hält dein... Siehst du? Ich überleg grad Deichen, irgendeinen Rang zu geben hier. Okay, das nehm ich jetzt als Beleidigung. Hä, was? Ich hab jetzt nicht verstanden. Sag mal! Vor allem, ich renn... Ich brauch mir mein Nido. Ich renn nicht mal weg. Ich lauf ganz normal. Ja, jetzt ist mir ein bisschen mein Nido wieder. Ähm, nö. Scheiße. Ah! Hallo? Sehen wir bitte das Nido wieder? Nö. Haha. Verfolg mich doch. Okay. Ich bin da... Bereit dazu, mir explosives Nido zu machen. Das heißt Alumentum. Das kann ich herstellen und dann kann ich deine Insel freien. Oha! 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 Also gibst du mir bitte das Nido wieder? Braust du dazu nicht irgendwas? Nee. Das brauch ich nicht. Nee, das brauch ich dafür nicht. Das? Sag mal! Oh Mann! Er klaut mir meine Sachen. Der hat mir gerade mein Altar kaputt gemacht. Nachts. Ähm, klar Rigo, bei dir brennt alles. Naja. Ich kann nicht, ich muss gerade meinen Spiel neu starten. Achso. Ähm. Gibst du mir bitte das Zeug für meine... Ja, warte, 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 warte. Ich will erstmal hier das Feuer ausmachen. Und ich muss warten. Giener, Rigo. Ach toll. Kurz vorm Wasser. So, ich mach das jetzt. Jeder hat aber versucht, mein Nickname auszusprechen. Ich mag hinterfliegen. Ey, so schwer ist das gar nicht. Hier, guck mal hinter dir. Dicke. Ja. Da. Oh, das mit dem Hitten wollte ich nicht. Ich wollte zeigen, wo es liegt. Ja, ja. Das mit dem Dicke, naja. Ich kann den Puzzeln. Ich komme mit Leichtigkeit zu hinten. Ah, jetzt. Wie meine Insel brennt. Ja, wir haben sie gelöscht. Okay. Wir waren mal so sozial. Da liegt aber noch ein Teil von meinem... Was sagt... Sobter... Was auch immer, dass du... So, ich bin jetzt bei dir, gell? Gucken wir mal. Was hast denn du so in deinen Kisten? Oh, Essen, dass du von mir geklaut hast. Aha. Was... Was haben wir noch da so Schönes? Warum guck ich eigentlich in deine Kisten? Du hast eh nichts Interessantes, weil ich viel weiter bin wie du. Ach, ich bin stolz auf meine Zelle. Was machst du? Nix. Hast du das da reingeschmissen? Was war das? Ich war hier drauf, deswegen. Hast du das da reingeschmissen? Ich hab gar nichts reingeschmissen. Da war nur Wasser. Das ist nur Wasser. Naja, da ist doch so ein... Da ist nix... Nito drinne. Hast du eins da reingeschmissen? Nein, ich hab zwei Stück im Inventar. Hier liegt eins drinne. Das leuchtet. Das liegt ja nicht drinne. Das ist drunter. Hier oben liegt eins drauf. Du kannst gerne irgendwann, wenn die Folge online kommt, gucken. Warte? Da liegt eins drauf. Doch, doch, da ist... Ey, willst du mich verarschen? Hier, hier oben! Hä, da ist keins. Bist du dumm? Stell dich da mal rein. Jetzt hast du es nämlich direkt über dem Kopf gehabt. Ich mach einen Screenshot, ich schick dir das dann. Stell dich mal rein. Ja, schick das mir mal bitte. So, ich hab jetzt einen Screenshot gemacht. Ich schicke dir das dann. Ja. Weil bei mir ist da nämlich... Ey, aber ich mach jetzt auch noch von irgendwo, was im Kessel ist. Das sieht richtig geil aus gerade. Ähm, na gut, ich werde jetzt die Folge kurz beenden und dann schicke ich dir das Bild mal. Ja. So, ich hoffe, euch hat die verrückte Folge wieder gefallen. Ähm, ja, ihr seht, wir sind eigentlich fast nur am Trollen und Spaß haben. Und mal schauen, ob das auffällt, dass dort was fehlt bei ihr. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, kommt in meinen Discord, kommt in Kinderregels-Discord, fragt nach, ob ihr mitspielen dürft. Das wäre natürlich nice, wenn er ja sagt. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Haut's, weg. hoch ecc. War's, weg. Bis zum nächsten Mal.